Und jetzt zur Präsentation der Schlussfolgerung aus den Workshops. Aber zuerst erhält Cornelia Bernaders Wort. Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Majestät, Exzellenzen. Ja, vielen Dank, Ihre Majestät, Exzellenzen, liebe Gäste. Ich habe die Ehre, hier die Einführung zu geben. Und in dieser Sitzung hören wir nun die Berichterstattung aus den Workshops nach dem Austausch. Der Bericht wird natürlich von denjenigen vorgetragen, die an dem Workshop teilgenommen haben. Alle sprechen ihre eigene Sprache. Man kann gerne auf die Simultanübersetzung zurückgreifen. Und ich möchte dann auch gerne, was den ersten Workshop betrifft, Prof. Tankatz nach vorne bringen. Vielen Dank, Ihre Majestät, liebe Jugendlichen, meine Damen und Herren. Wir hatten leider nur eine halbe Stunde Zeit, um unseren Workshop durchzuführen. Aber wir haben doch gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Wir haben versucht, zwei Themenbereiche näher zu beleuchten. Auf der einen Seite das sogenannte biopsychosoziale Modell, das überall bekannt sein sollte, eigentlich nicht der Realität entspricht. Und damit zusammenhängt die Frage, wie können wir das mehr zum Tag bringen während der Ausbildung. Wir haben festgestellt, dass wir oft in Abschottungen noch vorgehen. Und die meisten Dienstleister höchstens über ein bis zwei Ecken des Dreiecks verfügen. Der dritte Themenbereich ist die Frage, ob man die psychische Gesundheit überhaupt universal vorbeugen kann, im Allgemeinen. Hierzu die Feststellung, dass es eine sehr hohe Zunahme von psychischen Problemen bei Jugendlichen gibt. Und die Risikofaktoren nehmen auch zu, haben wir beobachtet. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht gesundheitsfördernd ist, sondern eher krankheitsfördernd. Nächste Folie, bitte. Zur ersten Fragestellung wurden folgende Lösungen vorgestellt. Wie im Bericht vermerkt, sollte jede Ausbildung das biopsychosoziale Modell zum Gegenstand haben. Das ist aber nicht der Fall. Also schlagen wir vor, dass auf jeden Fall, zumindest bei Beginn jeder Ausbildung, das Angebot gemacht werden muss. Und dieses Angebot muss gemacht werden von überzeugten Personen. Aber das wird nicht reichen. Jede Patientenakte muss so aufgestellt sein, dass man nicht umhin kann, die drei Perspektiven, die drei Ansätze mitzubeleuchten. Wir gehen auch davon aus, dass alle, die eine Ausbildung erhalten im Versorgungssektor, dass sie doch darauf geschult werden müssen, zuzuhören, zu unterstützen und in zweiter Instanz einige gute Fragen stellen können. Und das jeder auf seiner Stufe. Man muss nicht alles wissen und kennen. Und viertens sind wir der Auffassung, dass bei jeder Ausbildung auch eine Begegnung stattfinden muss mit Personen, in unserem Fall Jugendlichen, die die echte Realität erlebt haben und die auch die richtigen Signale abgeben können, damit dies von jeder Ausbildung oder in der Ausbildung nicht mehr übersehen kann. Aber wir haben uns nicht bei der Ausbildung von Fachkräften belassen. Es gibt auch andere mitwirkende Schlüsselfiguren für Jugendliche, die zwar auch die Inhalte zur Kenntnis nehmen, aber dann nicht so richtig wissen, was sie damit tun sollen. Also auch sie brauchen eine Weiterbildung, eine Schulung. Jugendarbeit wurde in diesem Zusammenhang erwähnt, Sportvereine und so weiter. Hier sollte man auch darauf eingehen. Und darauf komme ich übrigens nochmal zurück. Außerdem wurde gesagt, es gibt einige Berufe, die wirklich am Kreuzweg dieser drei verschiedenen Aspekte stehen. Und diese Berufe sind sicherlich in frühkindlicher Frage wichtig, zum Beispiel Kind und Familie, aber auch die Ärzte, die in den Zentren der Schulen arbeiten. Was das zweite Thema, universelle Vorbeugung betrifft, hatten wir das Gefühl, dass in den Schulen entschieden wurde, bestimmte Fächer selbstverständlich zu finden. Die müssen im Lehrplan der Kinder und Heranwachsenden stehen. Aber die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Warum soll dann der Lehrplan sich nicht mit weiterentwickeln? Die Jugendlichen selbst haben mehrmals darauf hingewiesen, dass es ein Fach geben müsste, wo all diese Themen behandelt werden, berücksichtigt werden. Und das unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und das schon ab dem Kindergarten. Damit man auch spielerisch sich vertraut machen kann mit diesen Themen. Je früher man das lernt, desto besser. Zweiter Instanz fanden wir es ebenfalls wichtig, dass die Personen, die es nicht allein dem Zufall überlassen oder sich auf andere verlassen, sondern Personen, die zu bestimmten Zeitpunkten bei der Erziehung ihrer Kinder und Heranwachsenden bestimmte Fragen stellen. Damit zumindest einige Male die Frage gestellt wird, ob es ein Problem gibt und wenn ja, welches. An wen denken wir hier, Kind und Familie und die Jugendärzte auf der anderen Seite. Und letztendlich, wenn es um universelle Vorbeugung geht, die Schule ist ein universaler Standort. Aber es gibt andere Universalstandorte, wie zum Beispiel die Medien, die sozialen Medien. Da haben wir uns gefragt, ob man hier nicht, oder die Medien, kann man keine relevanteren Fernsehprogramme anbieten. Denn dort suchen Jugendliche auch oft Informationen, also Fernsehsendungen zum Beispiel zum Thema. Das war nicht im Workshop, aber Nadine Van Brugge, eine der Psychologie-Professorinnen, hat das online angeregt. Und also emotionales Wohlbefinden, Empathie und so weiter, warum taucht das nicht öfter in den Medien auf? Warum wird es nicht sozusagen unsere Alltagskost? Es wäre auch gut, wenn man hier mehr Ausgewogenheit erzielt. Warum lassen wir es zu, dass wir tagsüber nur mit schlechten News, Sensationsnachrichten überladen werden? Warum kann es nicht auch die Aufgabe eines Nachrichtendienstes sein, inspirierende, positive Nachrichten zu vermitteln und Perspektiven anzubieten in dieser Gesellschaft? Und können wir auch im Web dafür sorgen, dass es ausgewogene Informationen gibt über das psychische Wohlbefinden und die Probleme in diesem Zusammenhang? Auf dem Web, wenn Kinder und Heranwachsende eben doch die Informationen suchen. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass sie dort dann eine gute, ausgewogene Berichterstattung finden? Vielen Dank, Herr Marino. Vielen Dank, Professorin. Positiv ist, dass wir sofort übergehen zum Workshop 2, Partizipation und Entstigmatisierung. Yvonne Anders und Professor Donth. Ja, guten Tag, Ihre Majestät. Heute Vormittag haben Sie ja unsere Kinder und Heranwachsende gehört und Partizipation und Teilhabe beginnt mit dem Zuhören. Zu diesem Schluss sind wir auch gelangt. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, wirklich den Kindern und den Heranwachsenden zuzuhören. Mit diesem Studientag, mit dieser Fachtagung haben wir das gemacht. Ich fühle und höre von vielen Kindern und Heranwachsenden, dies oder anders hätte besser laufen können. Zu Recht, wir werden auch daraus lernen heute und darüber nachdenken. Jetzt möchte ich Mika übergeben. Sie hat an dem Workshop Partizipation mitgewirkt. Ich werde ihr das letzte Wort überlassen. Sie wird auch einige Bemerkungen vortragen und vielleicht Empfehlungen formulieren im Zusammenhang mit dem heutigen Tag. Bitte, Mika. Partizipation ist sehr wichtig und das muss alle Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen betreffen. Also die Grundeinstellung ist eigentlich offenkundig und ganz evident. Teilhabe heißt Kindern und Heranwachsenden zuhören. Zuhören, das ist der erste Schritt, der hier schon gesetzt wurde. Aber um zu beurteilen, ob die Partizipation qualitativ auch wirklich etwas auslöst, ist es gut, danach zu handeln, um die Teilhabe dann auch zu ermöglichen in der Umsetzung. Alle Jugendlichen müssen mitgenommen werden beim Thema Teilhabe. Wichtig ist, dass nicht alle einer Gruppe zugeteilt werden können. Die Jugendlichen, also die Heranwachsenden, müssen auch ihren eigenen Weg zur Teilhabe finden. Sie müssen die Möglichkeit aber auch erst erhalten, den Zugang erhalten zur Teilhabe. Also einen schulfreien Tag, damit sie zum Beispiel an einer Versammlung oder einem Workshop teilnehmen können zum Thema Partizipation. Und wichtig ist auch, dass man in Bezug auf die Finanzierung nachdenkt. Kinder und Heranwachsende sollten also die Möglichkeit haben, hier Erfahrungen zusammen. Sie haben wichtige Inhalte zu vermitteln. Ihre Stimme ist wichtig. Und ja, da muss man zum Beispiel für die Reisekosten, die Teilnahme und so weiter, also vielleicht auch sich überlegen, wie Kosten rückerstattet werden können. Es gibt noch viele Ansätze, die vertieft werden müssen zum Thema Teilhabe. Wir hätten tagelang darüber reden können. Ich denke, ein Symposium nur zum Thema Teilhabe von Kindern und Heranwachsenden wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, die Anregung haben wir ganz gut herausgehört. Ein eintägiges Fachseminar über Teilhabe. Workshop 3. Datenerfassung Professor Dunn. Bitte. Ihre Majestät, liebe Kollegen und Kolleginnen, meine Damen und Herren und liebe Jugendliche. Wir hatten also einen Workshop über die Erstellung von Verzeichnissen. Aber ich möchte zunächst einmal die Gelegenheit ergreifen, um Ihrer Majestät nochmal meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen für die Verfassung des Artikels über die psychische Gesundheit von Eltern angesichts der Covid-Pandemie. Dieser Leitartikel, den Sie verfasst haben, hat ganz viele inspiriert und auch mich. Und das ermöglicht mir auch, meine Schlussfolgerungen noch besser vorzustellen. Es gab einen Konsens in Bezug auf die Daseinsberechtigung eines Verzeichnisses über psychische Gesundheit von Kindern und Heranwachsenden. Das war die Ausgangslage. Wir haben mehrere Themen erkannt. Empowerment ist das erste Punkt. Professorin Coutet oder andere, die besser Französisch sprechen als ich, können vielleicht sagen, wie wir das auf Französisch nennen. Empowerment. Aber die Methode, die dahinter steckt, ist eine aktive Teilhabe, eine maximale Partizipation des Patienten, der Patientin, der Familie, ebenso wie die Erstellung von Selbsthilfeprogrammen mit oder ohne Beaufsichtigung durch ein Versorgungsteam. Alle haben auch nachdrücklich auf die hohe Bedeutung gepocht, dass ein solches Verzeichnis einen Mehrwert mit sich bringt, ebenso gut für die Patienten und Familien wie für den Prozess an sich, die Versorgung. Was die Datenerfassung betrifft, gab es auch eine Diskussion darüber, ob wir einen Gesundheitsbarometer, einen psychischen Gesundheitsbarometer, wie heute Morgen Vormittag vorgestellt wurde, ob man es so andenken sollte. Das ist ein positives Modell. Da könnten wir uns über klar abgegrenzte Krankheiten beugen und darauf könnten dann auch die Maßnahmen folgen. Alle waren sich auf jeden Fall darüber einig, wie wichtig es ist, die Daten ganzheitlich zu erfassen. Insbesondere mit Blick auf die Versorgung, die Nutzung strukturierter Daten, aber nur, wenn es notwendig und zielführend ist. Und das unter zwei Perspektiven. Der Perspektive des Einzelnen und der Bevölkerung in Bezug auf die Entwicklung der psychischen Gesundheit. Wir sprachen sehr viel über ethische Aspekte, insbesondere auch den Grundsatz, den Transparenzgrundsatz gegenüber den Patienten in Bezug auf die Nutzung der Daten, der erfassten Daten. Da, also was die Daten betrifft, dachte die Gruppe übrigens auch, dass es gut wäre, ein Opt-out-System anzuwenden, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich in Bezug auf die sekundäre Datennutzung. Also die Wahl geben. Wobei natürlich unterstrichen werden muss, dass die Daten anonymisiert werden. Es ist eben aber gut für die Familien und für die Allgemeinheit. Und die Datensolidarität, also teilnehmen an einem solchen Verzeichnis, um den allgemeinen Gesundheits- und Kenntnisstand zu verbessern, durch verbesserte Maßnahmen und Strategien aufgrund der Daten, vor allem im Bereich der primären und sekundären Vorbeugung. Und nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass die Information zurückkehrt zu den Personen in Form von Feedback. Ich danke den Veranstaltern, dass wir Gelegenheit hatten, diese Themen in unserem Workshop zu vertiefen. Vielen Dank, Prof. Dahn, für den Workshop Nummer 4 oder den Bericht aus diesem Workshop. Ich möchte Prof. Vanhoef, Herr Holzbix, Anna Satov und Anna Klaas bitten, die Ergebnisse vorzustellen. Breaching the gap by the roadmap. Das war die Devise. Und jetzt wird es nochmal veranschuldigt durch einen kleinen TikTok-Film, glaube ich. Oder wurde es schon. Vielen Dank. Ihre Majestät, liebe Jugendlichen, meine Damen und Herren. Das Thema unseres Workshops war die Roadmap-App. Und wir sind davon überzeugt, dass da viele Anfragen von den Jugendlichen eine Antwort finden. Und da können wir mit dem Einsatz der modernen Technologien vielleicht die Fragen beantworten. Eine Technologie, die die meisten von Ihnen besitzen, die Smartphone, die digitale Technologie. Ich habe versucht, eine Reihe von Antworten, oder wir haben versucht, eine Reihe von Antworten zu formulieren. Und wir hatten auch das Privileg und die Freude, in diesem Zusammenhang zusammenzuarbeiten und inspirierende Beiträge von den Jugendlichen entgegenzunehmen. Bitte. Ja, guten Tag. Wir möchten gerne ein paar Schlussfolgerungen aus unserem Workshop übermitteln. Wir bauen auf dem auf, was schon besteht. Und wir greifen zurück auf die digitalen Technologien, die wir alle besitzen und die wir alle kennen. Also Apps, die wir kennen und wo wir diese Themen einbauen können. Also worum geht es vor allem? Auf der einen Seite um die Sensibilisierung. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist wichtig, das zu thematisieren. Es ist wichtig, darüber zu reden. Und zwar in einer coolen Sprache, die verstanden wird von Heranwachsenden. Da muss man sich auch einer jugendlichen Sprache bedienen, damit es auch für die Jugendlichen verständlich ist. Die Medien, welche die Jugendlichen ohnehin verwenden, die sozialen Medien und so weiter. All das ist dann auch wichtig als Träger. Zugänglichkeit kann gewährleistet werden. Wir brauchen auch Treffpunkte, Begegnungspunkte, wo wir die Jugendlichen abfangen können. Und ja, das ist manchmal nicht so einfach. Warum nicht online? Das gewährleistet ja den Jugendlichen eine bestimmte Anonymität. Kinder und Heranwachsenden, die noch nicht bereit sind, sich nach draußen zu wagen können, im Netz über ihre Probleme reden. Die jugendliche Sprache ist ein Muss. In Belgien sprechen wir nicht nur Niederländisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Es gibt da verschiedene Kultursprachen. Und es ist wichtig, dass wir da die richtige Sprache auswählen für unsere App. Dass wir uns an die Jugendlichen in ihrer Sprache wenden. Die Anonymität ist ebenso wichtig wie die Sicherheit, der Datenschutz. Die Jugendlichen müssen sich in einem sicheren Umfeld wohlfühlen, um über ihre Verwundbarkeiten zu reden, um wirklich die Probleme auszupacken. Ein großes Problem ist oft die Wartezeit. Wenn junge Menschen Hilfe brauchen, dann brauchen sie sie meistens jetzt und sofort. Meistens können sie sich nicht erlauben, noch lange zu warten. Also sie auf eine Warteliste zu setzen, ist keine Lösung. Und in unserer Arbeitsgruppe haben wir übrigens auch eine Wunschliste verfasst mit einem ersten Thema, möglichen Thema. Ja, was können Jugendliche selber in die Hand nehmen? Was können sie selber machen, um ihre Lage zu verändern, um ihre Lage zu verbessern? Und ein zweiter Ansatzpunkt könnte dann der Dialog mit jemandem sein. Also eintreten in den Dialog aufgrund einer sehr kurzen Frageliste. Und hier sehen wir, dass die Jugendlichen auf jeden Fall mit jemandem reden müssen. Dass das sehr wichtig ist. Und das wiederum kann dann in einen Aktionsplan fließen. Und in diesen Aktionsplan können dann die Jugendlichen auch hineinschreiben, was ihnen wirklich hilft. Wie sie diese App, die Hotline für Selbstmordgefährdete oder andere Initiativen in Krisenzeiten. Ja, wir möchten jetzt einen Aufruf starten, einen Appell an sie richten. Das ist eine Idee, eine Idee, die wir gerne umsetzen wollen. Alleine schaffen wir das aber nicht. Deshalb fragen wir uns, ob es Personen hier gibt in diesem Saal oder ob irgendjemand jemanden kennt, der uns helfen kann. Bitte helft uns, denn man kann sich gerne an Professor Sabbe wenden, wenn man hier mitwirken möchte, nach diesem Appell. Ja, damit kommen wir zu Workshop 5. Kollege Malscher spricht über die peri- und postnatale Periode. Ihre Majestät, liebe Jugendlichen, liebe Kollegen. Zunächst einmal möchte ich meinen Kollegen aus der Gruppe und allen Teilnehmern danken. Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis gemeinsame Überlegungen. Jeder hat einen Teil dazu beigetragen. Also das Thema der Pränatalität ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Wir haben versucht, ein paar Argumente vorzubereiten. Und ich würde das eben vorlesen, dann kann man das später stehen. Wenn Eltern psychosozial verwundbar sind, da haben wir den Link zum anderen Thema, stellen wir fest, dass da verschiedene Möglichkeiten bestehen, auf Ebene der Bewachsenen und auf Ebene der Kinder. Aber das Problem ist die Kombination. Wir möchten die beiden Aspekte gemeinsam angehen, welche Schwierigkeiten gibt es, welche Ressourcen fehlen in der perinatalen Phase, welche Möglichkeiten gibt es, um das Ganze kohärenter zu machen und die Zusammenarbeit zu stärken. Das ist also der Rahmen, vor dem sich das Ganze bewegt. Und deshalb haben wir darüber nachgedacht, wie, also es ist schon klar, dass die Perinatalität auf verschiedenen Ebenen zu kombinieren ist. Das geht also um die Zeit vor der Geburt und die Schwangerschaft und nach der Geburt. Das ist schon mal relativ komplex, was den Ansatz angeht. Die psychologische Hilfe, denn hier geht es ja um die psychische Gesundheit, also die psychologische Hilfe ist nicht alles, ein wichtiger Teil, aber nicht alles. Es ist nur ein Aspekt der Behandlung. Es geht deshalb darum, sich auch in der Gesellschaft damit anders zu befassen. Die Geburt ist ja ein soziales Ereignis und eine ganze Reihe an Personen im Näheren wie auch im weiteren Umfeld sind davon betroffen. Dann gibt es die Elternzeit, Mutterschutz, Vaterschutz. Dann haben wir auch die Möglichkeiten der Hilfestellung und da wird das Ganze oft nur von der beruflichen Warte her betrachtet. Das kann nicht ausreichend genug sein. Es ist wichtig, im direkten Umfeld auch Unterstützung anzubieten für junge Paare, für junge Mütter und so weiter. Wir haben in unserer Gruppe auch festgestellt, dass es viele Initiativen bereits schon gibt, die aber nicht unbedingt bekannt sind und auch nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Das wurde erwähnt, wir haben auch heute Morgen schon gesehen, dass es gewisse Dinge gibt, aber sogar die, die beruflich damit beschäftigt sind, kennen diese Initiativen nicht zwangsläufig. Dann geht es um ein frühes Handeln, um das Antizipieren und das erscheint mir auch so die richtige Formulierung zu sein. Es geht die pränatale Phase nutzen, um die postnatale Phase zu antizipieren. Ich habe es ja schon gesagt, das Ganze ist sehr komplex, denn wenn wir uns nur im postnatalen Bereich bewegen, ist das eigentlich keine Prävention mehr. Und dann hechtet man dem Problem eigentlich hinterher, um das mal etwas lapidar zu sagen. Deshalb ist es wichtig, schon die Phase vor oder während der Schwangerschaft anzugehen. Und bestimmte Dinge können da getan werden. Es gibt auch Alarmsignale, die einem dabei helfen, dann direkt einzugreifen, sobald das Kind geboren wurde. Aber dafür ist es wichtig, dass die Mediziner dafür geschult werden, egal ob es jetzt Psychiater, Psychologen sind oder andere Sparten. Aber wir müssen den Bereich der Psychologen mit einbeziehen. In den medizinischen Bereich aber eine pränatale Behandlung oder Konsultation, dass es da nicht nur darum geht, wie groß ist das Gehirn, ist die Wirbelsäule gerade gewachsen und so weiter. Sie haben selbst gesagt, es geht natürlich um die sehr verwundbaren Familien. Die haben große Probleme bezüglich der Strukturen zwischen den Eltern und Babys, zum Beispiel, wenn es sich um süchtige Mütter handelt. Wir haben gesagt, dass man die Familien ganz engmaschig begleiten muss, wenn man sie loslässt, wird es schwierig. Und die Mittel sind natürlich nicht ausreichend. Wir hoffen, dass da auch mehr Gelder für frei gemacht werden. Es geht aber nicht nur darum, Millionen ins Fließen zu bringen, sondern zu gucken, was man mit dem Geld macht. Es gibt Projekte, die sicherlich effektiver sind als andere und die die gleichen Gelder nutzen. Deshalb ist es wichtig, dass das auch vor Ort angeschaut wird. Die zwei Schlüsselbegriffe sind Integration und Vernetzung. Also das sind die Worte, die bei uns da eigentlich immer wieder im Kopf waren und die auch genannt wurden. Dann gibt es einmal den Bereich Erwachsene und Bereich Kind. Also damit die Leute miteinander sprechen, braucht es natürlich den guten Willen, ist aber auch nicht immer gegeben. Und deshalb braucht es eine eher berufliche Struktur, die ermöglicht, eben die Psychologen, Erwachsene und Kinder zusammenzubringen. Und dass diese regelmäßig gesehen werden und man regelmäßig miteinander spricht. Es muss auch an die Interaktion zwischen Eltern und dem Baby gedacht werden. Ich habe vorher von der Elternzeit gesprochen. Und wir haben gesehen, dass auch die besten Ideen manchmal widersprüchliche Effekte haben. In einigen Ländern ist es so, dass die Elternzeit sehr stark verlängerbar ist und dass es eine Möglichkeit sein kann, um keine weiteren Krippenplätze anbieten zu müssen. Also um keine Krippen bauen zu müssen, verlängert mal die Elternzeit. Das ist keine wirklich gute Idee, eher eine schlechte gute Idee. Es hängt aber auch davon ab, was die Mütter wollen. Und es gibt Mütter, die nicht unbedingt Lust darauf haben, eine längere Zeit zu Hause zu bleiben. Deshalb muss das immer angepasst werden. Und ich würde gerne mit etwas beschließen, das nicht unbedingt in unserer Gruppe gesagt wurde, das ich aber gerne hinzufügen möchte. Es geht viel um Strukturen und so weiter. Aber wichtig ist auch, dass hinter den Strukturen Menschen stehen. Und vor allem in dem Bereich, es geht um Mütter, Väter, Babys. Und der Ansatz muss deshalb auch immer sehr individuell erfolgen. Dankeschön. Vielleicht noch eine kleine philosophische Überlegung zu diesem Wortspiel, das eben genannt wurde. Wir kommen zum letzten Workshop. Er wird vorgestellt von Professor Delven und von Frau Rüth von Winkel über die Jugend. Ihre Majestät, meine Damen und Herren, wir werden Ihnen die Arbeit der Gruppe vorstellen, wobei es schon auf nationaler Ebene eine Arbeitsgruppe zu dieser Phase der Übergangszeit gibt. Finanziert durch die Stiftung Roi Baudoin. Wir haben jetzt auch mit neuen Ideen gearbeitet, ganz interessante Ideen, die wir Ihnen jetzt zu zweit vorstellen werden. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich der Königin bedanken dafür, dass sie diese so wichtige Initiative ergriffen hat. Und ich möchte auch zum Ausdruck bringen, wie sehr ich all die jungen Menschen bewundere dafür, wie sie ins Gespräch gegangen sind mit der Königin, mit den Ministern. Und auch in dem Film wurde so viel Gutes zum Ausdruck gebracht. Herzlichen Dank dafür. Was die Jahre des Übergangs angeht, das ist die Pyramide, die von der Weltgesundheitsorganisation gemacht wurde. Also das ist eine sehr bekannte Pyramide. Und wir haben noch etwas hinzugefügt, einen Aspekt hinzugefügt, der fehlte. Und das ist das, was über die verschiedenen Linien drüber führt, nämlich die Partizipation. Dass es nämlich um die Jugendlichen selbst geht. Aber es geht auch um die Freunde, Familie und so weiter. Wir denken, dass das ein ganz wichtiges Element ist, was unbedingt auch in das Modell eingebaut werden muss. Und wichtig ist auch die Kontinuität, dass also Eltern, Freunde und so weiter Wegbegleiter sind, immer da sind, anders als Mediziner, Psychologen oder Ähnliches, die vielleicht nur ein Stück des Weges begleiten. Und hier auch schon das letzte Slide für meinen Teil. Die Jugendlichen haben einen Aufruf gestartet. Und wir schließen uns diesem Aufruf an, dass es neue Möglichkeiten braucht, um mit den entsprechenden Anbietern in Kontakt zu kommen. Es gibt Telefonnummern, die sind eigentlich etwas altmodisch. Das entspricht eigentlich nicht mehr dem, wie die Jugendlichen handeln. Das ist eigentlich eher einschüchternd, irgendwie am Telefon sprechen zu müssen. Ich habe die Telefonnummer von Herrn Sabbe in meinem Smartphone. Ich rufe ihn gleich an, denn ich bin absolut bereit, mitzuarbeiten. Wir denken zum Beispiel an Chatfunktionen für Menschen. In solchen Situationen ist das eine große Unterstützung. Das erfährt man auch, wenn man mit den Jungen spricht. Aber dass es vielleicht auch wichtig ist für das Self-Assessment, beziehungsweise Informationen dazu, wo man erste Hilfe erhalten kann. Im Allgemeinen finden wir, dass Jugendliche, die schon Erfahrung gemacht haben, einen anderen Stellenwert bekommen müssen. Die sind ja Experten, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Und auch der ganze Bereich ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur die mentalen Symptome, sondern auch der Bereich Freizeit, Schule und so weiter. Und etwas, was in der flämischen Erwachsenenpsychologie auch angegangen wird, ist, dass dort auch an die Kinder gedacht wird von Eltern, die behandelt werden. Da gibt es auch gewisse Reflexe, die eingebaut wurden. Und das erscheint uns ebenfalls wichtig. Dann kommen wir zum nächsten Slide. Also wir sprechen wieder über die Unterstützung und Begleitung, die auch kulturell angepasst sein muss. Es ist wichtig, dass Jugendliche eine Vertrauensperson haben, nicht unbedingt einen Elternteil. Es kann jemand sein, der sie über diesen ganzen Weg hinweg begleitet. Und es geht auch um Experten. Das müssen nicht unbedingt Mediziner sein, dass diese ganz konkrete Meetings abhalten, über den Jugendlichen und mit dem Jugendlichen gesprochen wird. Und dass dann auch Hilfe über 18, 20 oder 23 Jahre angeboten wird. Wir haben darüber gedacht, dass diese 18 beziehungsweise 21 Jahre, was die Reife angeht oder das Erwachsensein qualifiziert, nicht unbedingt der richtige Ansatz ist. Es ist wichtig, dass diese Bezugsperson der Jugendlichen sie dann auch an die verschiedenen Orte hin begleiten kann. Nicht nur, was die Behandlung angeht, sondern auch andere Hilfszentren oder auch da, wo die Kinder in der Freizeit hingehen, dass es auch solche Art Jugendherbergen gibt oder spezielle Wohnmöglichkeiten gibt für Jugendliche. Da gibt es bereits Initiativen. Und wir haben auch an eine Plattform für die Eltern gedacht, die ebenfalls nützlich sein könnte. Und ich möchte Rüth ganz herzlich danken, Pädopsychiater und Psychiater, die besser zusammenarbeiten sollten für diese Jugendlichen zwischen 16 und 23 Jahre. Denn auch da gibt es oft so ein Gap, eine Unterbrechung, die ausgemerzt werden sollte. Ihre Majestät, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieses Meetings angelangt als Kommission. Möchten wir doch noch mal betonen, was Professor Winkel gesagt hat. Zwei Jahre lang haben Sie teilgenommen an den verschiedenen Arbeiten der Kommission. Sie haben viel Zeit investiert, auch während der Prüfungsphasen. Und deshalb gehört Ihnen das Wort zum Schluss. Bitte schön, Frau Mijid und Frau Laurence. Bitte schön. Guten Tag. Ich fand diesen Tag sehr lang. Ich musste heute früh raus. Aber ich bin auch sehr zufrieden, wenn ich dann dieses Gebäude verlassen werde. Herzlichen Dank, Ihre Majestät, dafür uns diese Möglichkeit gegeben zu haben, dass wir dabei sein konnten. Wir haben heute erfahren, dass man uns nun endlich Gehör schenkt. Dass man uns sieht, dass man mit uns spricht, mit uns und nicht über uns. Und wir hoffen, dass das keine einmalige Angelegenheit bleiben wird, sondern dass dies so fortgesetzt wird. Die Minister sind ja weg, aber Ihre Kabinettsmitglieder sind noch da. Deshalb möchten wir Ihnen noch mal einen Appell lancieren. Sprechen Sie mit den Jugendlichen und nicht über sie. Treffen Sie keine Entscheidungen über und für die Jugendlichen. Denn wir möchten beteiligt werden. Für jemanden, der verwundbar ist, ist das auch nicht angenehm. Und wir danken den Experten, auch dass wir teilhaben durften. Prof. Saab, Elke, vielen herzlichen Dank für die Workshops. Auch ich möchte vielen danken. Ich möchte Ihre Majestät dafür danken, uns diese Gelegenheit geboten zu haben, zu Wort zu kommen. Das ist sehr wichtig. Karin, Safa, Stephanie, Yvonne, auch euch vielen herzlichen Dank für diesen Workshop zur Teilhabe. und dass wir auch die Möglichkeit hatten, selbst dabei zu sein. Ich habe erfahren, dass meine Stimme zählt. Und ich habe festgestellt, dass man wirklich zuhört. Ich habe wirklich das Gefühl, dass daraus jetzt etwas entstehen kann. All die Jahre, die ich wirklich dafür kämpfen musste, dass man mich hört, hat heute endlich eine Konsequenz. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich hören und dass ich auch aktiv an diesem Symposium teilhaben durfte. Ja, es ging darum, wir wurden darum gebeten, auch etwas dazu zu sagen, was wir heute gelernt haben. Also ich hatte das große Glück, festzustellen, dass es schon sehr viel gibt. Es gibt schon viele Strukturen, aber viele müssen auch schließen, weil es nicht genug Geld dafür gibt. Ich habe auch erfahren, dass viele Initiativen, über die schon nachgedacht wurden, nicht umgesetzt werden können aus Mangel an Geld. Ich habe erfahren, dass Politiker auch neue Projekte aufgelegt haben. Das haben wir heute Morgen gehört. Und das ist eigentlich auch ganz wunderbar. Aber es wäre noch viel wunderbarer, wenn man nach dem Symposium sich auch noch mehr stützt auf die Patienten selbst und die Gesundheitsprofis. Ich weiß nicht, ob es dafür notwendig ist, noch mehr Projekte aufzulegen. Es braucht vor allem mehr Geld. Mehr Geld und mehr menschliche Ressourcen. Den Patienten und den Ärzten sollte mehr Gehör geschenkt werden, den Psychologen, Psychiatern. Auch der Kontakt zwischen den verschiedenen Bereichen und mit der Politik ist wichtig. Ja, vertrauen Sie uns und geben Sie uns die Mittel, damit wir dieses Vertrauen dann unter Beweis stellen können. Danke schön. Applaus Majestät, Das war ganz wunderbar. Aber das Symposium stellt kein Ende dar, sondern ein Beginn. Denn jetzt werden wir das umsetzen, was wir heute gelernt haben. Wir werden all das versuchen zu bearbeiten, was hervorgehoben wurde. Und wir sehen, dass wir eigentlich eine regelmäßige Konferenzen zum Thema der psychischen Gesundheit der Jugendlichen abhalten sollten. Und auch die Minister, die dafür zuständig sind, dabei sind, damit dafür Sorge getragen werden kann, dass all das umgesetzt wird, was das Symposium heute auf so wunderbare Art und Weise gezeigt hat. Nach Abschluss der Sitzung wird die Königin zuerst den Saal verlassen. Und ich würde Sie darum bitten, sitzen zu bleiben, bis Sie ein Zeichen erhalten. Mit Erlaubnis der Königin würde ich die Sitzung jetzt beenden. Ich rücke das Sie Sie ich Sie sehen Sie Untertitelung des ZDF, 2020